hallo herzlich willkommen liebe freunde zu einem neuen youtube video heute möchte ich bisschen weitermachen mit den forschungsbäumen es fehlt noch china japan tschechien polen schweden und die italiener die werden jetzt step by step kommen aber heute geht es erstmal um die chinesen um china nation china und wir schauen einfach mal hier drauf ich möchte immer so ein bisschen ab stufe 56 anfangen hier highlighten möchte ich auf jeden fall den type 34 den finde ich einen sehr soliden ja fünfer ähnlich zu setzen wie den russischen 34 also kann man schon spielen ist ganz cool gehen wir so ein bisschen weiter die verschiedenen linien also meisten fragen mich dann immer yo algro wz 100 l 5a oder 113er leider 113 aber mittlerweile ja ein sammlerfahrzeug ist ihr müsst hierfür oben drauf gehen und schon kommt ihr auf die sammlerfahrzeuge jawohl der chinesen oder 113 essen sammlerfahrzeug hier heißt also sobald ihr ein stufe 10 fahrzeug habt der chinesen könnt ihr euch diesen 113 ohne ihn extra forschen zu müssen kaufen ich generell bin er der freund vom 113 als vom wz heavy relativ einfache gründe ich finde ihnen die turmpanzerung besser etwas genauer die dpm ist zwar gleich besonders ein bisschen besser glaube ich sogar beim wz 111 5a aber generell ich fühle mich einfach wohler am 113er das ist so ein bisschen persönlich der andere mag den wz lieber der anderen 113 aber erst mal zurück in der linie aktuell seht ihr auch hier oben an der spitze da sollte man immer zuschlagen wenn man eh diese reihe grindet dass man sich dementsprechend dort die fahrzeuge levelt tipp noch zum grinden ganz ganz wichtig sage ich auch in jedem video eigentlich ist bei den forschungsbäumen wenn ihr zum beispiel freie erfahrung habt hier oben ich habe jetzt aktuell zweieinhalb millionen aber ja liebe freunde ich spiele schon ein paar tage world of tanks und der anfänger oder der starter hat relativ wenig nutzt sie bitte nicht um früher zu den nächsten fahrzeugen zu kommen nutzt sie wenn nur dafür hier zum beispiel diese module hierzu hier da dafür für sowas benutzt dafür eure freie erfahrung aber nicht um endeffekt hier diesen panzer freizuschalten warum ihr habt das ding komplett ausgebaut ja ja da ist alles drin es spielt sich kein panzer extrem schlecht außer stock fahrzeuge ja fahrzeuge nicht komplett ausgebaut sind wo der turm noch fehlt wo vielleicht die kanonen noch fehlt wo die kleinen ketten der kleine motor noch drin ist das ding ist einfach kacke aber wenn es ausgebaut ist spielt euer fahrzeug einfach bitte ganz normal dementsprechend okay also weiter im kontext so ein bisschen drin hier type 58 finde ich eigentlich auch ein relativ soliden medium bereitet euch tatsächlich aber nicht so richtig wie ich finde auf die wz linie vor da geht es dann erst ab dem is2 richtig los is2 relativ solide so ähnlich wie der is fast identisch mit namen also will man manchmal so ein bisschen sagen aber kann man auf jeden fall spielen 110er ist richtig nice wenn er ausgebaut ist sehr hohe dpm also damage per minute hat er 110 hat auch noch relativ okay bis gute panzer und früher war der richtig geil heutzutage nur noch okay kommen wir zum neuner und den finde ich extrem stark wenn das ding komplett ausgebaut ist absolut super der 9er wz verteilt richtig dicke kellen wir gucken mal hier rein und sehen dann hier mittlerer schaden 490 das pumpt schon ordentlich rein und sonst hier ganz normal beim 10er auch machbar und möglich den ganzen mal zu spielen gehen wir mal auf die td linie hier oben drauf und die td linie sage ich euch ehrlich ist es lasst die finger davon ja also wenn ihr kein fahrzeug mehr erforschen könnten nur noch den okay dann ist klar aber sonst vorher finger weg von diesen tds langsam sehr sehr ungenau sehr sehr träge sehr sehr fett ich wüsste jetzt keinen benefit punkt von den ganzen tds hier ja meine meinung da gibt es deutlich bessere tds eben zum beispiel amerikanischen baum im deutschen baum da habt ihr deutlich mehr von ja wir gehen mal hier zu den mediums und ich finde persönlich den wz 120 gar nicht so schlecht der gibt gut wehn acht fährt gute gute wertung damit ein aber der 10er ist einfach ja da fehlt so ein bisschen gandipression er kann auf manchen positionen auch ziemlich ziemlich geil sein hat halt ein alpha von 440 das ist halt ziemlich ziemlich geil aber im prinzip muss man sagen da sind andere fahrzeuge deutlich besser die entweder mehr panzerung mehr dpm mehr oder besser genauer sind aus diesem grund würde ich euch auch abraten von dieser reihe ja die scouts ist genauso klar wz 132 kann man meiner meinung nach ähnlich spielen wir den t32 also als medium sowie in t4400 rum rotieren vieles machen aber gegen ebr und andere schnelle fahrzeuge macht so heutzutage kaum noch was mit dem wz und genau das meine ich jetzt ja auch selbst wenn hier das beste beispiel dazu ich habe jetzt 94.000 erfahrung auf dem achterleid wenn ich jetzt nicht zweieinhalb millionen hier am konto hätte okay ganz ganz wichtig wäre ihm jetzt an ich hätte so vielleicht 15 20.000 dann spiele ich doch einfach drei vier und mit dem komplett ausgebauten fahrzeug bevor ich doch hier diese freie erfahrung die ich zum beispiel hier wieder für eine kanone für ketten für den motor nehmen könnte und dadurch das fahrzeug schon direkt schneller aufbessern würde das noch mal so haben ja nebenbei gesagt also insgesamt so ein bisschen hierfür empfehlung ist ganz klar meiner meinung nach der wz beziehungsweise 113 er den kann man schon spielen aber liebe freunde denkt auch bitte dran mit dem 113 er hat man nicht viel gun depression ja im wz hat man schon ein tickchen mehr aber man muss das terrar gut kennen man muss die schusswinkel gut kennen sollte man natürlich bei jedem fahrzeug aber mit denen wirklich effektiv zu sein muss man anwinkeln können das ist jetzt kein 10er wo man sagt okay komm als ersten 10er pumpte den wz oder 113 hat da denke ich eher is 7 277 video dazu natürlich wie immer oben verlinkt zu dem thema 277 oder is 7 starter 10er welcher ist der richtige aber sonst generell muss ich ganz klar sagen ist jetzt nichts dabei bei den chinesen was unglaublich reizt ja wir haben einen guten 6er den type 64 den premium tank hier unten dabei wo man sagt okay cool im 6er ballwerk dann macht er gut credits und ist eigentlich sehr sehr meter dann hier der achter td ja nichts besonderes ist zwar ganz cool ja zum thema 112 war also ich muss zum 112 sagen ich kann euch nicht empfehlen er wurde mittlerweile ein bisschen gebufft hat hier mehr pennen bekommen wenn man natürlich hier viel mit heat bzw gold munition premium munition schießt ist es machbar aber sonst ich würde euch lieber andere fahrzeuge empfehlen defender 703 die machen schon mehr bock und der petten ist einfach viel zu riesig mit der fetten cupola hier oben drauf das ding hier oben kann man nicht komplett vergessen ja dann haben wir natürlich noch bei den chinesen wir gehen einmal kurz hier chinesen schauen m41d ist ähnlich wie ein bulldog kann man sich theoretisch zulegen kann man mal spielen 122 tm sieht ein bisschen abgespaced bisschen crazy aus wenn der mal wieder im shop ist kann man machen muss man aber auch nicht unbedingt machen type 950 gold ganz ganz seltenes fahrzeug sieht tatsächlich sehr sehr sick aus type 950 gab es jetzt auch zum verkauf aber mittlerweile auch beide type 950 gold und der type 950 schon lang nicht mehr meter penetrationswerte für den arsch also ganz ganz schlecht hier habe ich tatsächlich noch den wz-leit stehen aber ich muss endeffekt auch sagen es gibt besser also china so eine nation die gibt es aber braucht man nicht unbedingt also zum aktuellen zeitpunkt zumindest so liebe freunde ich hoffe ihr habt ihr einen relativ schönen overview bekommen was wichtig ist bei den chinesen und das ist tatsächlich relativ wenig was wichtig ist gründet euch step by step hoch nutzt die freierfahrung nur für die module nicht für die fahrzeuge am ende und dann läuft das step by step ich sage vielen lieben dank fürs zuschauen haut gerne ein abo heraus lasst einen daumen nach oben da und schreibt mir in die kommentare ob ihr vielleicht einen liebling unter den chinesen habt ich wünsche euch noch was lasst euch gut gehen ciao kakao